man jetzt geht down alter ich hab keinen bock mehr ich töte dich jetzt einfach drauf geschissen es liegt es liegt es liegt es liegt da hinten ist ein rudel von den wölfen ich brauche leder oh nein alter die zerfleischen gerade alles ja die da würde ich auch nicht hingehen was greift mich an was greift mich an ok ins kopf ich weiß nicht mehr ob die da ist doch da ist sie voll in die fresse gelaufen oder dass die schlange und ich habe keine steine mehr ich brauche liegt jetzt auf dem boden der liegt noch wie könnte ich die schlange da jetzt weglocken ein sterben sterben und weglocken das dumme ist hier ist ein kano noch in der nähe wenn der jetzt auch noch hierher kommen habe ich verloren der ist größer voll getroffen mit einem pfeil sind bestimmt 100 jahres die zöl ist wieder ich habe meine eigene kacke gerade aufgehoben habe ich am anfang auch immer weil ich dachte das bringt irgendwas aber er bringt nichts noch nicht jetzt bin ich gestorben oh scheiße oh scheiße ich bin so weit gesprungen ich bin so weit gesprungen jetzt sterbe ich doch jetzt verrecke ich doch ja willkommen im team nee doch nicht ich lebe noch jetzt bin ich jetzt wieder bei mir ist auf jeden fall ein skorpion der mich hier gerade die ganze zeit das ist das ist ein anderer mein gottes der spiel hässlich auf niedrig oder ist er da ist er da ist er da ist er so habe ich vorher gespielt warum mein gott oha komm mal her man jetzt geht down alter ich habe keinen bock mehr ich tötete ich jetzt aber drauf geschissen es liegt es liegt es liegt es pierre ich brauche fleisch seh mal zu ich hatte fleisch aber ich finde es gerade hier soll ich zu dir hin ja das wäre toll ich habe nämlich ein bisschen fleisch ich habe machen gar nichts weißt weißt du wo ich bin oder wie lange dauert das bis der hier bewusstlos betäubungsmittel ich habe die narko bären was was muss ich machen verbrauchen drücken reinmachen in sein inventar und dann einfach nur e drücken auf die narko bäre ok nein da kommt ein raptor scheiße wenn der mein scheiß penner tötet hier feile ausrüsten weil ich habe 15 rohes fleisch du bist jetzt einfach nur den fluss entlang du kannst nicht vorbeikommen hier ist ein raptor ja ok dann tötet einfach dodos oder so nicht mach grad mega viel damage bis ich muss ihn töten ich da hast du fleisch ich darf mein dino nicht treffen ich überlege gerade ob ich ja komm hast du respekt vor mir so er blutet extrem hier vielleicht habe ich auch ein für dich ach so da oder was ja ich komm schon mal zu dir hin bleibt stehen bitte bleibt stehen bleibt stehen können die ertrinken wenn die offenbar ja ja das ist blöd ich hatte ein spiel mit nino im wasser verdammt er soll hierher kommen er soll hierher kommen wo bist du jetzt direkt an den see lang oder was ja ja ich komm mal rum nein voll daneben geschossen ja noch mal gibt es ja nicht im wasser habe ich noch gar nicht geguckt oder nur diese ich pack fest oh gott 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 unter wasser sieht es ja auch richtig oh ein spinos bei dir in der nähe okay warte er ist noch nicht nein verdammter penner ammelfleisch krieg ich hier er liegt auf dem boden pier pier du musst du nicht nein ich habe ihn getötet ich habe zu viel schaden gemacht ach so okay dann hast du auf jeden fall fleisch man ich habe ein betäubungsfall benutzt verdammt meine ganzen 1000 betäubungsfall alle weg nur wegen so einem scheiß raptor okay eigentlich zwei aber naja aber eigentlich stirbt er nicht ja ich habe glaube ich zu viel schaden gemacht also was auch steinfeile genommen nein betäubung fein habe ich gerade benutzt jetzt kurze frage ich möchte ihn zähne frisst er das selbst oder ja also fleisch frisst er selbst und diese narco bären und betäubungsmittel musst du selbst mit e anklicken okay ich habe schon ein bisschen geteilt hahaha ich hab gleich ein raptor und ich backe fest meine fresse ich hab gleich ein raptor ich hab gleich ein raptor das ist auch ein season pass oder dann hast du auch diese ganzen sachen im inventar die man gar nicht braucht eigentlich oh guck mal ein raptor schwebt ich überlege gerade ob ich den einen raptor jetzt angreifen okay 45 prozent doch auch er ist schon wieder zurück geflogen okay ja mir ist mir ist alles scheißegal ich auf welchen raptor dann hole ich mir als nächstes ein spino ich habe kinder hoffen oder eine krabbe eine krabbe könnte glaube ich klappen sogar ich werde gleich alles jämmerlich zerstören alles ich esse die ganze zeit nur werden auf das ich auch nicht weil fleisch ist mir zu kostbar hier ja ganz ehrlich selbst selbst das gekochte fleisch vergammelt irgendwann ja ist auch so von daher die bärchen findet man ja und was verpiss sich immer wenn ich ihn anschieße ja das hat man raptor auch andauernd gemacht er ist abgehauen bin ich wieder hingelaufen und dann kam er wieder und dann bin ich wieder auf den stein gesprungen da ist er jetzt baby weh du schickst sie zu mir oder so genau weiß er tötet mich genau okay das wackelt alles ich hoffe ich fall jetzt hier nicht runter was ist bei die erdbeben wo bist du denn nein bei uns hier das wird wieder ja erdbeben wollte gerade sagen bei mir kann das gerade noch nicht an die verkriechen sich da immer diese scheiß viecher ich gebe den tipp wenn irgendwo grüne kristalle rumliegen und eine ratte ist in der nähe nicht aufsammeln wieso das gehört der ratte ach echt ich habe es eingesammelt und das ding guckt mich an und verfolgt mich ich habe eins die machen ach so der kann das jetzt nur durch durch das beben auf jeden fall wenn da wirklich eine ratte ist nicht einsammeln nicht einsammeln wenn da irgendwas weil die vergraben sich und heben dass er sozusagen raus ich habe gesehen dass sich einer vergraben hat aber ich habe da jetzt nichts raus gesehen um ehrlich zu sein er hat die ab und zu kommen da mal so ein paar diamanten raus nicht nicht aufsammeln das bedeutet nur tod also hier war gerade ein raptor wieder okay ich habe ein level ohne was zu machen nice ach die verschwinden sogar irgendwann die kästchen nach ein paar sekunden ja nach einer halben minute nahkampf oder gesundheit nahkampf oder gesundheit nahkampf oder gesundheit nahkampf so und jetzt aber raptor sattel kann ich schon mal herstellen falls ich ein raptor gleich zähme wie kann man da vorher nicht drauf reiten nee du brauchst einen raptor sattel verarsch mich nicht ist wirklich so heißt ja auch raptor sattel ja also müsstest du schon locker herstellen können habt der sattel lalalala lala ja selbstverständlich okay meine zwille macht 14 schaden das könnte ja nur eine stunde dauern ja das ding ist jetzt und ich treffe ihn nicht von hier oben das ist scheiße 76 prozent 192 das ist das richtige level für mich viel spaß meine hatte 144 und ich habe wie gesagt sehr sehr lange drauf geschossen ich auch gerade aber ich finde ich sehe ihn nicht soll ich dir was sagen in 8,5 prozent habe ich da hast du noch nicht ach so nee das tell mir immer noch den sattel muss ich dann einfach nur bei uns bei dem raptor im inventar oh nein jetzt haut er ab los go 96,5 zwei stück das ist die scheiße ich habe einen raptor na los go go my jünger oh los komm er muss nur noch einmal zuschnappen dann hat er es hier treffe ich ihn nicht und danach kann ich dir sagen wie viel energie so ein viech hat mit 144 level ja los komm ich da runter zu laufen wenn dann ich nenne ihn lati diese lati ja latura lati ach so 802 802 208 äh warte mal so das kann ich gut gebrochen ich will den raptor zum reiten sattel aushosten denk dran die halten nicht so viel aus ne also oh gott ich habe ich habe es doch gesagt ich war gefasst echt ja und jetzt habe ich so ein verschissenes ding als wolf hier ja super tüte mein vieh ne greif mit an ja mach ich nein er greift nicht an oh ich muss laufen ich muss laufen scheiß ich verrecke ich verrecke ich verrecke bitte bitte raptor bitte raptor töte ihn töte ihn töte ihn mach auch doch die fertig gemacht sag ich doch du bist die beste ja es war ein wolf der wird 48 das hat mich fast getötet der maschine da auch man schon wieder kaputt die scheiße du bist so schön was ist es denn weibchen weiblich sieht man wie kann ich denn gucken was inventar im winter öffnen wie viel energie das ding hat ja inventar die sind alle so weit weg ja was mache ich hoch gesundheit bräuch auf jeden fall ach nachkampf mache ich hoch wie kann ich denn reiten auf eh nein ich spring auch du fucker warum fällst du runter nein kann ich zu schwer sein ja das war nicht gegen kam wie kann ich mit den dinos sprechen dass sie über t gedrückt halten kannst du die befehle einzeln auswählen und über u und j geht es voll da geht es auch oh 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 komm her komm her komm her komm her kann ich komm gleich warte kanusaurus lauf lauf komm mein junge alles was hierher kommt tötig guckt es euch an ich zähle mir jetzt noch so ein bulldog bulldog ja den hole ich auch gleich mit meinem raptor aber zuerst töte ich alles damit man hat dann noch stärker wird ach ich habe gar keine shit mein süß latin latin ich will irgendwas haben ich habe nur viecher die 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 irgendwie pilze fressen oder irgendwelche bären du ich kann das nachvollziehen ich wollte auch die ganze zeit irgendetwas haben und ich habe nichts bekommen ja wie gesagt ohne betäubungspfeile ich weiß was ich jetzt mache ich ich mache jetzt einfach ein mörser und mache schon mal ganz viele narkosemittel wie gesagt werde jetzt erstmal glaube ich erstmal nur bauen dann bin ich mein level bekommen ja weil die dinos sind mir ein wenig zu stark mittlerweile ich weiß wie du dich fühlst in ragnarok weiß ich wie das war es hat sich so gut angefühlt mit einem dino hier wo bist du in meinem lager ja ich bin auch da ach da oben bist du ne ich hoffe du bist das da oben warte ich sammle kurz meinen rucksack nochmal auf hier ein raptor bei dir nein das bist du das habe ich schon gesehen ich hasse dich hier der sieht auch noch so geil aus ja warte dann kannst du mir doch eigentlich helfen oder warte mal mit was wie viel level hat einer 200 noch was aber ich weiß nicht ob das ausreicht warte mal wir haben 100 warte äh inventar öffnen mal gucken erstmal muss ich kurz mal ein bisschen ausrüsten ich bin hier ich will nicht mehr nackt sein ähm gewicht erhöhe ich mal kurz ein bisschen eieiei was hat der da gerade gemacht ach du hast du hier denkst du eigentlich auch hier guck mal du kannst diesen helm aufsetzen wenn du diesen pass hast hab ich ja müsstest du eigentlich drin haben äh kann ich nicht verwenden doch wenn du einen helm auf hast ich hab nur musst du nur reinziehen dann kannst du mal eine mütze hab ich auf genau dann ziehst du einfach diesen helm auf deiner mütze wenn du aufgesetzt hast warum sagt mir das keiner ja äh warte genau hier sind raptoren meinst du wenn ich dir jetzt abschieße mit der zwille und du mit deinem raptor aber es sind zwei warte ich lock mal einen hierher wie viel level haben die der eine hat 200 irgendwas und der andere hat nur 200 irgendwas ja nein um Gottes Willen du willst dich doch echt nicht töten ich töte dich ich weiß nicht welcher von den beiden ach hast du kein ähm Fernglas ähm ach warte mal kann ich herstellen warte ich stell jetzt erstmal ein bisschen was her ich glaub das macht mehr Sinn oh raptor deine mähne ist davor möchtest einen haben hier einen einen Bulldog kann ich den eigentlich geben ach stimmt hast du diesen Aquavit scheiß ne ne äh warte der grüne ist 228 dagegen kommt meiner auch nicht an ach so alles klar der grüne 228 ne ich muss mal diesen ganzen scheiß jetzt hier los du ich bin froh dass ich jetzt ein Dino hab nimm ihn mir nicht weg so der kann ja auch abbauen ne soviel ich weiß äh ja ne doch nicht ich geh mal kurz ein bisschen spazieren ich will auch so ein kleines Viech auf meiner Schulter ja kannst du haben ja eins ich hab doch zwei ich brauch den nur freilassen und du brauchst nur das Essen geben na ich hab's ja nicht hier sammel hier an den Pilzen auf hier ist ein Pilze bei mir vorne hier hier oben hast du schon mal gesehen wie ein Raptor scheißt ja ey der bleibt extra stehen kniet sich hin und drückt den Rest raus ich weiß ähm pass auf ich lasse in meinem Haus einen frei dann brauchst du nur reingehen und ihm das Zeug geben ich weiß gar nicht ob ich da reinkomme in meinem Haus? ja ja oder komm kurz her ich lasse ihn dann gleich frei welche Pilze hast du eingesammelt die roten? äh sammel einfach ein und gucken ob's geht warte mal ich muss jetzt kurz äh neutral ja genau sammel die einfach ein dann ist hier dieses Aquatic Mashroom ja hab ich hab ich pass auf ich lasse ihn mal kurz frei der hier drin ist äh wo hab ich das denn? wie kann man den dann freilassen? ach hier freilassen so und das brauchst du nur im letzten Inventarslot und dann nur E drücken dann werde ich übernehmen oh er wird mir aufheben jetzt schon? danke ja okay äh Dino kannst du mal bitte weg ja sieht das nicht nice aus? oh die unsere Truppern ja geil ne geil ne warte ich brauche ein Thumbnail warte Finger weg sonst Finger ab ja das passt auch geil ne winken wie kann man denn winken? äh Emotes musst du einstellen ich hab's bei mir über Numpad gemacht ach so Mursa müsste ich eigentlich schon allein die Geräusche ne die sind so herrlich oh da hinten ist ein Rudel von den Wölfen alter die schnappen sich grad so ein ich brauche Leder oh nein Alter die zerfleischen grad alles ja die da würde ich auch nicht hingehen oh oh was greift mich an was greift mich an okay ins Korb genau die 82 ach ich brauche nur Stein ah lololololololol so oh da ist ein Rudel kann ich das ich würde es nicht versuchen oh doch Level 100 ah 168 ich weiß nicht wie stark auf jeden Fall der nicht das Ding ist er ist stark aber er hält nicht viel aus und wenn du so ein Rudel hast musst du drauf achten dass der der so Qualm am Rücken hat das ist der Anführer okay also der wird auch der stärkste sein was brauche ich denn jetzt ah schluck Kaffee und gleich geht's weiter ach so da hast du was hingebohrt ja ich ich komm nicht ran also irgendwas hast du falsch gemacht nein das war zu kurz ich dachte das ist ein bisschen länger siehst du die einzelne Plattformen da oben genau an der Kante da sozusagen und guck mal hin da siehst du wie weit die Leiter rund hier so eine du hast die falsche Leiter gebaut ich hab auch so eine kleine Scheißleiter gebaut du musst die andere bauen 192 warum steht da plus 2 da drunter ähm weil die Verbindung zu den anderen haben glaube ich oh der eine leuchtet also ja der das ist der Anführer oha ok 192 die anderen sind bei 48 oh Skorpion was hast du denn mein Junge 96 den könnte ich töten den werde ich auch töten was mein Bogen ist kaputt nein nein nicht reparieren ah scheiße fuck it was meinst du Level 36 Ratte kannst du ausprobieren ich probier's aus nein nein äh mein mein Viech ähm C ich kann mein ich kann scheiße hier kommt nein ich sterbe ach du scheiße Lederhemd alles kaputt oh ich kann mein Dino nicht rufen ich hab versuch nein während wenn ich schlafe betäubt bin kann ich mein scheiß Dino nicht rufen oh Gott oh Gott oh Gott nein das kriegt er wieder das kriegt er wieder greift man sie dann los go wo ist er greift ihn an töte ihn Raptor drauf geschissen Alter ich brauch so ein scheiß Skorpion nicht ja schön machst du das mein Junge er geht hier nicht hoch ey ja nice da haben sie ihn getötet habt ihr sehr schön gemacht irgendwas wird hier hinten angegriffen irgendwas hat rot angezeigt er kommt hier nicht hoch das ist das Problem ich hab grad ich hab grad angreifen gemacht ne wo ist meine Leiche ach da haben sie weggetreten wo ist er wo ist er da ist er wo bist du wo bist du warum läuft ah ich seh ich seh schon ich seh schon oh schieß ihn mal ab ein paar mal ja warte ich bin gleich da oh ich brauch mal er kommt wieder zu mir so ich komm ok er läuft wieder weg wie verletzt ist er denn er müsste schon richtig da und sein ich hab ihn so oft gemütet ich hab bestimmt 90 keine auf ihn warte ich schieße einer ja genau jetzt weiß ich warum du das gesagt hast nein warte ja du kannst da hoch ach du hast eine Leiter da eingebaut hier warte ich schieße nochmal läuft er mir hinterher ich weiß nicht er läuft dir hinterher ich weiß nicht mehr ob die da ist doch da ist sie oh sorry voll in die fresse die ist hier vor mir gelaufen oh nein da ist die Schlange und ich hab keine Steine mehr ich brauch kurz Steine warte oh Pierre pass auf zerstör das Ding nicht ich hab schon gesehen dann mach das fertig ich weiß er verkriegt sie schon so betäubungsfeind nochmal drauf ja hau rauf es passiert nichts Pierre bewusstlos ja es nice ja was er ist tot nein bewusstlos ich kann ja nicht anklicken man muss einfach Sachen hinschmeißen er frisst es nein hör auf abbauen und draufschlagen los oh fuck alter das hätte man sich so sparen können jetzt gerade ich brauch Fleisch okay fuck ey oh ne was soll man hinschmeißen einfach nur Leder hinschmeißen dann springt er runter und dann frisst er es Leder äh nicht Leder Honig hast du schon mal Honig eingesammelt ja oder Mojobeeren geht auch oh hallo mein Schäfchen oder Mejobeeren warum meine Schäfer hinschme Pew me pri m fl die den Tell me that you love me, even if it's fake.